Mache dich, mein Geistlichkeit, wache, fleh'n und bete, damit nicht die böse Zeit unverhofft eintreten. Denn es ließ die Satans Heist über viele Frauen zur Versuchung kommen. Aber wache erst recht auf, von den Sünden schlafe, denn es folgt sonst darauf eine lange Strafe. Und die Not, satt dem Tod, möchte dich in Sünden unvermutet finden. Bete aber auch dabei, mitten in den Fachen, denn der Herr muss dich frei von den alten Armen, was dich drückt und bestät, dass du schläfrig bleibest und sein Werk nicht treibest. Ja, er will gebietend sein, denn er was soll geben. Er verlangert unser Schrein, denn wir wollen leben. Und durch ihn unseren Sinn feindelt Fleisch und Sünden, kräftig überwinden. Doch wohl gut, es muss uns schon alles glücklich nähen, wenn wir ihn durch seinen Zorn in Gehüt anflegen. Denn er will uns mit Föhn seiner Mut verschütteln, wenn wir gläubig beten. Drum so lasst uns immer da Wachen fliegen beten, weil die Angst, Not und Gefahr immer näher treten. Denn die Zeit ist nicht weit, doch uns Gott wird richten und die Wämpfer nichten.